Löwchenherzi, Löwchenlein. Wir sind schon umgezieht. Ja, kannst du gucken, alle beide. Drinnen sind wir. Wir freuen uns auf euch. Wir sind noch ganz schön schüssig. Ey, sag nicht so. Wir sind nicht schüssig. Wir sind respektvoll. Jawohl. Kennt ihr doch? Respekttaube. Soll ich euch mal zeigen? Gucke, da geht so lang. So ist da und so ist da. Und da ist so Essen. Haben uns noch nichts runtergetraut essen. Wir haben einfach noch keinen Hunger. Daran liegt es. Machen wir schon. Okay, ich zeige weiter. Da ist noch so. Und da, da soll man wohl hinhuppen können. Ja, werden wir alles noch erkundeln. So, da ist irgendwie irgendwas gar nicht. Okay. Ja, nur habt ihr es wohl mal seht. Genau, und jetzt beeilt euch mal. Morgen ist Sonntag. Wir warten schon auf euch. Wiedersehen. Freuen uns. Ja, freuen uns.